So Leute, willkommen zurück in meiner Mega Man 4 Reihe hier. Mein Name ist Moonboon und wir sind in Level 2 der Festung von Dr. Wily. Und es ist lila und weiß. Hallo Mr. Bush. Und es war so klar, dass ich den falschen Weg genommen habe. Okay, stacheln. Was kommt denn hier? Noch mehr Stacheln? Oh, scheiße. Okay, ich bin auch so ein Trotter. Und spring natürlich direkt auf die Kante. Dann gebe ich schon mal noch die Konten. Ja, das war jetzt natürlich... Hallo, geht's doch? Schaut mal, denkt da unten fest? Oh, ne, jetzt kommt noch. Oh, Energietag. Es war klar, dass das nicht reicht. Probieren wir es mal mit Chat. Vielleicht können wir einfach hochfliegen. Ich denke einfach springen. Oh, da kommen wir sogar irgendwo anders hin. Und geht die ganzen... Oh, ne, ne Haube. Energie. Noch mehr kommt, noch mehr Energie. Tschu. Oh Gott, diese Dinger haben sich auch. Äh, äh. Darf ich da runterfallen? Nein, definitiv nicht. Oh Gott, oh nein, ich hab die Waffe gewechselt. Okay, passt. Oh, Freund. Oh Gott, wir müssen gleich gucken. Falls ihr was zum Aufladen wirft. Oh Gott. Und ihr habt ein Leben geworben. Na toll. Trotzdem danke. Links oder rechts? Was sagt ihr? Okay. Ihr habt so gewollt? Auf euch höre ich nie mehr. Ohne Scheiß. Ihr bringt mir nur Pech hier. Lügt mich immer an. So. Da rutscht mir doch glatt das Mikro weg. Und Energie. Erstmal speichern. Ja, ich will da ein bisschen voll machen hier. Okay, was geht hier ab? Ach, die Munien, oder? Bloß nicht den Kopf verlieren, ne? Oh Gott, wie wäre das schlecht. Ich glaube, da oben gibt es bestimmt was Gutes. Na, na, na. Ich stelle mit dem Kopf ganz woanders, weil die Muni... Laufen jetzt hier nicht kopflos durch die Gegend. Findet ihr da nicht auf? Okay, das reicht. Die haben bestimmt nicht viel Köpfchen. Okay, okay, okay. Okay. Was geht denn jetzt hier ab? Warum setzen die sich jetzt wieder hin? Oh, leben, 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 leben. Ja, macht's gut. Ich habe auch keinen Bock mit euch zu spielen. Wie komme ich denn da hoch? Okay, schauen wir mal, nehmen wir mal einen Ballon, oder was? Nee, wir nehmen einen Keul. Ich glaube, ich bin da aufgeladen. Dann kommt wieder nicht. Ey, das ist doch unglaublich mit diesem Scheißhund. Unglaublich, wirklich. Jetzt fliegt er einfach durch. Jetzt nochmal. Ohne Witz. Das war ein Scheißhund. Nehme ich lieber hier den Ballon. Weiß natürlich nicht ganz. Dann werden wir wohl den Weg hier gehen. Uh, das war auch knapp. Okay. Das wäre kein Hindernis. Das war in der Tat sogar der einfache Weg, wie es sich ja gerade gezeigt hat. Ich kenne euch doch. Oh ja, Tennisballmaschine. Pff, was war denn das? Ja wohl lächerlich. Welcher mich weg? Noch mehr Tennisbälle. Komm schon, komm schon. Ja, ich kannte gar nichts. So, also dich verspeise ich zum Frühstück. Und da kommt der zweite Boss. Und da kommt der zweite Boss. Ladies and Channelen. I like to introduce you. Ich weiß noch nicht was. Aber wir werden sehen. Oh Gott, nein. Eine große Tennisballmaschine. Ach so, muss man hier auch noch ein bisschen jump and run. Oh. Okay. 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 Okay, okay. Schon durchschaut, wie das hier funktioniert. Solange ich hier auf dem hier bleibe und diesem Nasenschuss nenne ich ihn mal aus, weil ich von mir eigentlich nichts passiert. Okay. So einfach ist es dann doch nicht fies aussieht. Ich weiß nicht, ob es einfach aussieht. Vielleicht bleibe ich auch auf dem hier. Da braucht der Ball länger, bis er da ist. Ich kann einfach ausweichen. Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. Ja, jetzt schauen wir mal, ob man den hier einfach so platt macht und schon. Nein. Nein. Ah. Okay. Aber eigentlich dürfte man das so schaffen. Ist nicht besonders schwer. Jetzt wissen wir, wie es geht. Komm, ich will springen. Das Ding ist gerade oben. Ach, da schießt die nachher auch schneller. So ein bisschen. Hallo, wenn geht's dämlich. Also trifft dir nichts mehr. So lange war noch nicht getroffen worden, können wir ja mal speichern hier. Okay. So. 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 Wie kann es nicht weitergehen hier. � Rassig in jetzt gesprungen. Ich bin jetzt gesprungen. Jetzt. Das ist aber echt zufällig wie er hier rumballerte. Einfach mal nicht voraussagen. Okay, also bei dem Boss, das war jetzt schon extrem gescheatet. Ich gebe es ja zu. Dafür haben wir keine Spezialangriffe verbraucht. Die werden wir nämlich später noch brauchen. So, Ladies und Gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das dritte Level, oder das zweite, in Dr. Wileys Festung und wir sehen uns im nächsten. Ich glaube, das war das zweite. Jetzt kommt das dritte. Bis gleich.